Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Minigames mit dem Markus und dem Spiel Master Builders. Wieder mal ein Geist. Ich habe eine Idee wie, aber das ist ja viel zu groß. Ich habe auch eine Idee, nur weiß ich, dass ich es nicht schaffen werde. Ja, die Idee ist bei mir so richtig gut, aber ich glaube, ich kann sie nicht mehr umsetzen, ich bin nicht so kreativ. Das ist halt schwierig, wie soll man das denn machen? Das ist halt, dafür bräuchte ich jetzt echt so fünf Minuten mehr. Ja. Das Problem ist, dass man die auch nicht auf Kante bauen kann, sondern quasi immer so eine Notdings bauen muss. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hätte den Boden weglassen wollen. Weglassen? Ja. Wie meinst du, weglassen? Ja, dass der Boden weg ist, quasi so, dass der in der Luft schwebt. Das ist genial. Das mache ich auch noch, aber wenn ich es schaffe, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe von der Zeit. Hm, irgendwas ist ja komisch. Ich versuch's. Okay, jetzt weiß ich schon was. Das ist echt clever, das muss ich zugeben. Ich muss das machen, die Idee, das ist halt, wenn das auffällt, ist das echt gut, finde ich. Ja. Verdammt, ich hab irgendwas falsch gebraucht, das ist unsymmetrisch. Fuck. Ach, was soll's. Ach, ich hab, scheiße, ich hab'n Fehler gemacht. Bauch. Mhm. Und wieder abreißen. Man, ich hatte eigentlich eine richtig gute Idee, aber dadurch wird das jetzt wahrscheinlich nichts werden. Ach, ich hatte auch einen, aber scheiße. Das ist wieder viel zu viereckig. Das sollte nicht so sein. Oh, was? Schon zwei Minuten um? Okay. Wieso kann ich nicht das umsetzen, was ich in meinem Kopf hab? Das ist genau wie mit dem Zeichnen. Weiß ich nicht, warum du das nicht kannst. Ich weiß nur, dass ich hier gerade richtig scheiße baue. Richtig. Ich lass gerade jeden zweiten Stein weg, damit ich irgendwie das Grundgerüst schon mal hin baue. Fucky. Fucky, fucky. Oh Mann, ich platz jetzt auch alles daneben. Daneben. Ich laufe, das ist hier schneller als zu bauen, ey. Oh, fuck. Ich hab so eine gute Idee gehabt. Irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber, obwohl ich weiß nicht, ob die Leute das erkennen würden, was ich vorhatte. Alter, das ist so schlecht und so unsymmetrisch. Ach Mann, ich hab mich irgendwo für kalkuliert und jetzt hab ich keine Zeit, mich mehr zu korrigieren. Zeit hab ich eigentlich auch nicht, aber ich hab keine Wahl. Ich muss hier irgendwie. Äh. Fuck, ich hab hier mich verbaut. Eine Minute noch fast. Na, fast zwei. Ja, das meinte ich eigentlich scheiße. Das ist, naja, das wird ein Hate geben. Ich glaube, meins wird platzen. Ja, meins auch. Ich hab's total vergeigt, aber total, total. Man, das ist halt, wir wissen noch, können auch nicht so genau abschätzen, wie lange man, äh, wie viel man schafft in der Zeit. Ja. Ach Mann, ich hatte so ne gute Idee. Ah, seufz. Wo ist denn eigentlich das, was ich denke? Das wär ne Idee, wo ist das? Wie lange noch? Was, 58 Sekunden? Das schaff ich nicht, ey, das wär so toll gewesen. Okay. Okay. Ich schaff's nicht. Ich hätte... Wo ist das? Ey, das ist so scheiße. Ach, hier ist es, aber ich schaff's nicht mehr. Warte mal. So, sieht schon besser aus. Oh Mann, ey. Scheiße, ich hab'n Fehler gemacht. 5 Sekunden! Ich wohl hatte so ne gute Idee, aber das sieht man ja überhaupt nicht, was ich vorhatte. Oh Mann, ey. Wieso hab ich denn's geschafft? Das sieht eher aus wie ein Hund. Es gibt von mir ein... Mäh. Oh. Das ist deins! Ich hab's nicht geschafft, einen Rundlicher zu bauen. Das sieht gar nicht so... Ist zwar voll einfach, aber krieg ich trotzdem gut von mir. Ja. Da stimme ich dir zu. Der Schwede auch, guck. Die Idee hatte ich nicht als Einziger. Jetzt kommt's. Was kommt? Ich hab das Gefühl, meins kommt immer als Letzte. Was zum... Teufel. Was steht hier? Explosion von mir. Ist bestimmt wieder so ein Typ, der kein Englisch kann. Ist leider oft hier der Fall. Wieso platzt das nicht? Wenn du gewinnt es. Das sieht eher aus, als hättest du... Kriegt von mir auch ein Mäh. Also gut sind die bis jetzt alle nicht. Das ist Bullshit. Ja, das ist wahr. Außer deins. Meins war ja noch gar nicht hier. Das ist auch scheiße. Das ist gar nicht so schlecht. Kriegt von mir auch... Er hilft. Ist es okay oder gut? Was machst du? Ich mach ein... Gut. Ja, ich auch. Ist es okay. Ist es okay. Ich glaub, wir mischen dazwischen... Einer gut, einer ist okay. Passt doch. Ja. Das ist Pac-Man. Ja. Stimmt. Da sind doch die Geister. Da kriegt für... Die... Kreativität kriegt von mir ein Amazing. Ja. Für die Idee kriegt er ein Amazing. Für die Anspielung. Ja. So an sich ist es halt auch nicht. Aber man muss die Idee halt auch haben. Und deswegen... Richtig. Ist das ein Klo? Ist das deins? Ja. Ich wollte den... So ein Super Mario Geist machen. Ja, ich wollte eins machen. Das Logo von Snapchat, oder wie das heißt. Da ist, glaub ich, auch so ein Geist. Kenn ich nicht. Das kriegt von mir... Nur ein Mäh, glaub ich. Ja. Das ist zu... Unkreativ. Ja. Ich wollte so ein... Wie bei Mario Kart. Da gibt's auch diese Geister, wo man dann so rumfährt und so. Aha. Also dagegen sind wir echt... Gut. Das kriegt von mir... Grottig. Ganz ehrlich. Ja, ich erkenne da nicht mal einen Geist drin, ja. Ganz weiße Steine und so ein bisschen... Ja. Richtig so. So wie der vorhin. Ich meine, da hat man ja noch erkannt, dass es ein Geist sein soll, aber... Hm. Ich finde diesen... Na gut, das soll diesen Schleier darstellen. Kriegt von mir ein Gut, oder? Ja. Ist bei mir jetzt okay. Das Gesicht ist nicht symmetriert. Wobei, es könnte auch Absicht sein, dass du so ein bisschen nach zur Seite guckst. Ich finde mit dem Kreuz daneben... Das ist gut. Ja, das kriegt von mir... Die Herzen sind ein bisschen komisch, aber... Ja. Ein Amazing kriegt es schon von mir. Wobei... Hm Gott. Von mir hat's ein Amazing bekommen. Ist doch... Ist doch ja eigentlich auch noch flach. Wobei, ja. Und... Bitte Top 3. Nein, nur Vierter. Die haben die Anspielung nicht verstanden. Vierter Vorletzter. Naja, okay. Also ich bin immer irgendwie höher als du. Du bist scheinbar... Nein, 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 nein. Okay, wir spielen noch eine Runde. Bis gleich. Runde 2. Ich bin gespannt, was wir jetzt machen müssen. Hoffentlich was Gutes. Ein Luklerverteiler. Camping. Camping. Okay. Äh... Gibt's hier Feuer? Bestimmt irgendwie. Mit Feuerstein oder so. Bestimmt. Irgendwas gibt's. Tö, tö, tö. Huch. Ich hab aus Versehen... Hier überall Lava platziert. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab eigentlich ne schöne Idee, aber ich weiß nicht, wie man Bäume macht oder so ähnliches hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt gerade baue. Eigentlich wollte ich hier irgendwie quasi so ein Lagerfeuer machen, aber dafür war ich jetzt irgendwie zu blöd. Sing das Lagerfeuerlied. Was, nur noch vier Minuten? Na los, ich kann's nicht platzieren. Was ist denn die Scheiße? Kann mir hier keiner sagen, wie man Dings baut? Wie man was baut? Äh... Bäume platziert. Muss man die echt selber bauen? Weiß ich nicht. Weißt du, wie man Feuer macht, Lars? Nö, dann hätte ich hier kein Lagerfeuer hingebaut. Äh, kein, kein Dings. Mit Lava hast du es gemacht? Mhm. Das geht gar nicht. Das wird so schlecht bei mir. Ja, ich hab ne gute Idee, aber ich schaff's nicht umzusetzen, leider. Wie lange noch? Drei Minuten, okay. Ich denke, das Lagerfeuerlied. So, äh... Gut, ich weiß nicht so ganz, was ich hier noch machen soll. Wenn man hier irgendwie, wenn man hier alles so, was man hier so findet, zum Beispiel, es gibt ja im Menü auch so ne, äh, Angel und so. Wenn man die Sachen dann hier noch platzieren könnte, wär das voll toll. Naja, schau's mal mit dem Boden, ich kaputt machen kann. Ah, ich werd einfach so ne richtig billige Idee machen, weil ich weiß nicht, wie ich nicht weiß, wie man Feuer macht. Oh mein Gott, ist da schlecht. Man kann hier Setzlinge, toll. Ja. Man kann hier aber die Büsche zum Beispiel auch nicht platzieren, ich zumindest nicht. Die kann ich... Auf Holz konnte ich die platzieren. Achso. Irgendwas Lagerfeuerlied. Wie lange noch? Deine Minute, selbstsicht. Naja, auf Holz konnte ich die auch nicht platzieren. Hm. Man hätte da einfach... Machen wir mal das noch. Ich bin so ein Pfosten. Ich fuck hier gerade wieder mein... Nein, was mach ich denn hier? Ach, das ist so... Das ist schlecht einfach nur... Das ist aber auch schwierig, finde ich, da was zu machen. So. Kann man hier irgendwo noch... Man braucht auch eine gewisse Zeit, um zu schauen, wo was ist in dem Inventar. Ja, ich... Weiß das auch immer noch nicht. 30 seconds. Oh, jetzt hab ich das verloren, das gibt's nicht. Hä? Alter, was soll ich denn die Scheiße? Ich kann's nicht wechseln. Gibt's hier kein Bett? Schade. Toll, ich schaff's nicht. Ey, warum... Hey, ich kann keinen Zaun ins Inventar ziehen. Es verschwindet einfach wieder. Hatte ich gerade auch kurz. Was für ein Müll. Na, ich schaff's nicht mehr. Ich glaub, meins explodiert. Das ist echt schlecht. Meins auch. Was? Thema verfehlt. Explodieren lassen. Das ist ein Typ mit der Waffe. Ach, ein Camper. Ernsthaft, Alter? Oh Gott, der hat das als Camper genommen? Oh Mann. Das war doch auch Camping und nicht Camper, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, Camping. Build Theme Camping. Das gibt Betten, aber ich wusste, hab's nicht gefunden. Ich hab vergessen zu voten, sorry. Das ist armselig. Ist nicht so schlecht gewesen, find ich. Wie sieht der nach einem Stall aus? Das hier, ja. Find ich nicht gut. Den Tisch stand ich, find ich okay. Wie hat der das Feuer gemacht? Das wüsste ich auch gerne. Ich mein, bei mir ging's nicht. War's bei mir wieder Wetterregen. Ich komm immer als letztes irgendwie. Wieso? Was denn? Viele Bäume. Komm nicht runter. Aber das hat er gut gemacht hier. Ja. Mit dem Feuer und dem... Das kriegt ein Amazing. Ja. Aber wie schnell... Ich glaub, der wird gewinnen. Wie schnell kann man sowas denn... Das ist krass. Äh. Hat wahrscheinlich nicht geschafft, weiterzubauen. Man kann's aber auch übertreiben mit den Bäumen. Oder hat er irgendwas oben gebaut? Nee. Doch, da, oder? Ein Baumhaus. Aber es hat das nichts mit Camping zu tun. Ja. Hat er auch damit gemerkt. Aha. Ja. Die finden alle Betten. Nur ich nicht. Naja. Mein Bett... Ist okay. ... sind zwei weiße Wollblöcke. Das ist so schlecht einfach, was ich hab. Ist das deins? Ja. Die Lava stimmt. Absolut. Deine Brennzir. Explosionswürdig. Komm, bitte nicht explodieren. Das wird nicht explodieren, weil ich gewoltet hab. Ich hab okay genommen. Danke. Das war aber nett von dir. Das find ich cool mit den Personen. Ja. Das ist gut. Mhm. Das Zelt hätte ein bisschen schöner machen können vielleicht. Ja, das Zelt sieht eher schlecht aus. Aber ansonsten find ich's auch nicht verkehrt. Wo findet man denn Menschen? Die hab ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Hab ich gar nicht gesucht, weiß nicht. Naja. Sehr einfach. Ist okay. Mäh. 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 Ja. Ich glaub, der eine mit dem Dings wird gewinnen. Ich hoffe. Noch eins? Hm. Das hat er zu Halloween machen sollen. Ja. Kids Tent. Und hier wachsenden Tent wahrscheinlich. Ja, it's okay. Ich hab glaub ich ein Good gegeben. Ich glaub ich bin Vorletzter. Ach, ist noch eins? Hä? Noch Fehler diesmal? Mal lassen. Alle haben das gleiche Prinzip. Ja. Ich hätt' ja auch den Boden ändern können. Das Zelt ist okay, ja. Mpff, ist okay. Ist halt nicht Thema. Viel fehlt, aber. Nö, so wie der eine. Mit dem Camper. Das war gut, ey. Ja. Ach, die mir. Hey, ich bin gar nicht letzter. Das ist ja cool. Aber war knapp, dass ich glaub ich explodiert bin. Nun gut. Passieren auch mal solche Missgeschicke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Was?